Drei haben wir noch. Also das ist ja jetzt wirklich hier gerade ein Himmelhoch jauchzens zu Tode betrübt, was wir bei den letzten Pferden erlebt haben. Mal sehen, wie das weitergeht. Fürst Fugger kommt als nächstes und das ist übrigens der Sieger der Finalkalifikation. Fürst Fugger, dieser Oldenburger Hengst von Fürst Heinrich, aus einer Weltmeier Mutter gezogen von Renate Rentschen und im Besitz des Gestütz Spree. Er wird uns hier vorgestellt von Christina Spree. Christina Spree, na klar wissen Sie, wer das ist. Das ist die junge Dame, die in London mit Desperados am Start war für die deutsche Mannschaft und da auch ehrlich super Runden abgeliefert hat. So, jetzt aber im Sattel eine Sechsjährige. Das ist natürlich eine ganz andere Nummer. Fürst Heinrich, da fällt uns natürlich auch so kurz nach der WM der jungen Dressurpferde gleich Farouche ein, die ja Doppelwaldmeisterin geworden ist letztes Jahr und dieses Jahr. Dieses unglaubliche Pferd, die haben also denselben Papa. Wobei Fürst Heinrich ja selbst auch in Jungpferdeprüfungen hoch erfolgreich war. Und dieses Talentschein bei weitergegeben hat, der ist ja hier jetzt nach Fürstenwahl mit dem zweiten Nachkommen in diesem Finale vertreten. Und die hohe Qualität von Fürstenwahl ist ja gerade schon angesprochen worden. Ja, Christina war natürlich zwei Wochen in London, war natürlich auch vor den Olympischen Spielen schon im Trainingslager und logischerweise auf Olympia fokussiert. Sie sagte mir nur, sie wäre letztes Wochenende dann doch nochmal auf ein kleines Turnier gefahren, um ihn hier überhaupt ein bisschen unter Turnierbedingungen kennenzulernen. Insgesamt ist das ihr fünfter gemeinsamer Start. Wenn man sich das überlegt, ist das ja auch noch nicht so richtig viel. Aber bisher, oh Gott, wir klopfen auf Holz, sieht das sehr sicher und routiniert ja fast schon aus. Ja, außerdem mit ganz viel Ausdruck versehen, unheimlich elastisch, ganz tolle, natürliche Kadenz, ausgesprochen ausbalanciert jetzt in der Volte. Die Traversale jetzt hervorragend kadenziert, konnte vielleicht ein bisschen mehr Stellung haben, aber fast schon optimal, was Parallelität und Kreuzen angeht. Tolle Schulterfreiheit des Pferdes dadurch dieser Eindruck eines Bergauftrabens in der Verstärkung und auch jetzt das Imponieren an ihm, diesem Pferd ist, dass die Qualität des versammelten Traps sehr schön mitgenommen wird in den Seitengang. So ein ganz bisschen nägelig dürfen wir sein. In der Trabverstärkung habe ich jetzt so erhofft, dass das Hinterbein vielleicht doch noch ein bisschen lockerer weiter drunter schwingt. Da könnte so ein bisschen mehr Schub aus der Hinterhand entwickeln, aber wir werden es nachher auch noch sehen, der Hengst bleibt sehr schön schmal. Das ist bei Hengsten nicht immer selbstverständlich, weil die werden ja von früh Jugend an oft auf Hengst schauen und so weiter präsentiert müssen, da ihr ganzes Gangvermögen ausspielen und hier hat man jedenfalls aus der Seitenansicht keinerlei Unkorrektheit gesehen und insofern kompensiert vielleicht die sehr schöne Losgelassenheit und Bergauf-Tendenz dieses kleine Defizit an Schub. Sehr taktsicherer Schritt. Ist das auch eine Kraftfrage? Denn Christina sagte zum Beispiel, er ist letztes Jahr fast nicht geritten worden, hat nur gedeckt. Ja, das ist mit Sicherheit eine Kraftfrage und Schubkraft ist aus meiner Sicht ein Ergebnis von Tragkraft. Ich bin eigentlich dagegen, zunächst die Schubkraft zu entwickeln, weil die Pferde dann häufig nach hinten rausarbeiten. Und gerade deswegen ist es so gefährlich, mit jungen Pferden solche Sachen zu machen. Die sollten eigentlich dadurch, dass sie zunächst einmal lernen, etwas mehr Last aufzunehmen, Tragkraft entwickeln und daraus den Vorwärtsimpuls dann in Schubkraft umsetzen zu können. Tolle Galopade, das Pferd hat wirklich drei ganz herausragende Rundgangarten. Ja, vom Interieur scheint das ja nun auch zu stimmen, der ist ja hier fällig bei ihr. Ja, super Wechsel, ganz fließend und Sie können hier zum Beispiel beobachten, das Pferd bewegt in keiner Weise. Den Schweif reagiert also nicht etwa auf die Hilfe, auf den Sporeneinsatz. Auch der wieder, schön, in der Anlehnung ja auch schon unheimlich sicher. Ganz stabil, in der ganzen Zeit schon auch sehr schön gerade gerichtet, wie wir jetzt beobachten können. Und dieses Pferd, der in relativ großem Rahmen galoppiert, die ganze Zeit sehr, sehr fleißig, von Hause aus geschlossen. Dieser Wechsel hier, der kann einen schon begeistern. Also der ist ganz gerade, absolut sicher durchgesprungen und trotzdem ausdrucksvoll. Also es ist nicht nur so, dass der Wechsel brav und gehorsam gemacht wird, sondern dann auch noch mit Ausdruck wie bei einem ausgereiften Pferd. Und auch die Galopp-Verstärkung, das geht durch den Körper. Also das macht jetzt schon wirklich Spaß. Also so ins Schwärmen sind wir heute eigentlich noch nicht wirklich gekommen. Da gab es dann immer ein kleines Aber. Sie haben sich die bisher mit Abstand, mit Abstand, beste Präsentation. Fährt ganz toll im Gleichgewicht, sehr schön in der Kadenz, mit dezenter Einwirkung der Reiterin. Technisch nahezu perfekt durch die Prüfung geführt. Und Sie sehen es jetzt. Ja, sehr schön schmal in der Hinterhand. Ganz schön schmal. Und deswegen, das ist nachher eine Kleinigkeit, da noch mehr hinzukommen aus einem ganz korrekten Bewegungsablauf. Ja, Christina und die schwarzen Hengste. Das scheint eine gute Kombination. Das Publikum sollte eigentlich toben dürfen. Jawohl. Selbst dabei bleibt er gelassen. So, meine Damen und Herren, eben haben Sie gepfiffen. Das ist Ihr gutes Recht. Jetzt haben Sie applaudiert, als unsere dritte Olympiastarterin im Viereck war, nachdem wir Helen gesehen haben, nachdem wir Dorothee gesehen haben. Nun, Christina hier. Und sind Sie einverstanden, dass das eine Traumrunde war? Ich wäre Ihnen nur dankbar, dass Sie pfeifen, wenn wir jetzt verkehrte Noten geben. Ich will Ihnen mal sagen, was wir uns überlegt haben. Wir können das ja mal diskutieren. Und mal gucken, ob Sie jetzt pfeifen oder ob Sie einverstanden sind. Weil wir glauben, dass das ein Ritt vom aller, 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 aller feinsten war. Das war klassisches Reiten, so wie wir es vorhin bei Dorothee gelehrt bekommen haben oder sie uns das vorgeführt hat. Hier wurden Übergänge geritten. Hier wurde ein Pferd versammelt gezeigt. Hier wurde Durchlässigkeit, Losgelassenheit gezeigt. Das war Harmonie pur. Elastizität, wie es kaum besser geht. Eintritt wie der andere. Und jetzt wollen Sie die Noten wahrscheinlich auch mal hören. Mit was sollen wir anfangen? Mit der höchsten oder mit der niedrigsten Note? Ah ja, wir fangen jetzt mit der niedrigsten an. Clip by Horse guckt zu. Bitte jetzt einspielen den Schritt. Das ist die knappste Note. 8,5. Sehr taktsicher. Und die Reiterin war in der Lage, die verschiedenen Schritttempie herauszuarbeiten und hielt immer sehr schön den Takt. Könnte noch ein bisschen ergiebiger sein. Wir hatten ja vorhin den ganz großen Schritt gesehen. Von Fürstenball. Da haben wir 9,5 gegeben. Hier einen Punkt tiefer. 8,5. Aber sehr taktsicher. Jetzt nehmen wir die zweite Grundgangart. Bitte den Galopp einspielen. Eine tolle Lastaufnahme. Ein wunderbares Zulegen. Tolle Übergänge nach der Verstärkung. Da oben, wo Jürgen Koschel steht. Das geht kaum besser, Jürgen. Habt ihr super geübt zu Hause. Das Pferd hat Last aufgenommen. Blieb gut gedehnt. Im Hals hat sich gesenkt. Hinten ist gerade geblieben. Die Note 9,5. Die gleiche Note geben wir für die Durchlässigkeit. Die Durchlässigkeit. Das ist ein zahmer Applaus. Wir sprechen über 9,5. Super Wechsel. Super Balance. Tolle Schrittpiorenten gezeigt. Und die Übergänge, die ich erwähnt habe. Guckt Sie mal, wie ruhig und losgelassen dieses Pferd hier geht. Die ist fertig mit diesem Pferd. Und könnt ihr die Aufgabe noch einmal rein. Also, 8,5 Schritt, 9,5 Galopp, 9,5 die Durchlässigkeit. Und meine Damen und Herren, jetzt wird der Trab eingespielt bei Clip My Horse. 10,0 für den Trab. Wow, diesen Traben. Wunderschönes Seitenbild. Hinten schmal. Immer die Balance gehalten. Immer tolle Losgelassenheit. Und der Gesamteindruck, die Perspektive als Ressort fährt. Eine 10,0. Super. Tolerant. Insgesamt 9,5. Mal sehen, ob es gleich noch besser geht. Großer Applaus vom Warendorfer Publikum für Fürst Fugger und Christina Spreer. Ja, ich glaube, da darf sie sich ein Schlückchen Sekt gönnen. Insgesamt eine 9,5. Da liegt die Latte jetzt aber mal richtig hoch. Zwei Pferde haben wir noch. Und das wird schwierig, das zu knacken. Ja, das war jetzt wirklich ganz nahe am Optimum. Und man kann nur sagen, im Nachhinein schade, dass Fürst Fugger nicht bei der Weltmeisterschaft starten konnte. wenn man hier in der Weltmeisterschaft starten kann. Da muss man hier in der Weltmeisterschaft den Ballmeisterschaft aktiveren kann. Vielen Dank.